Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Eine Spezialität von Popularis sind die Badeferien für Familien rund ums Mittelmeer mit dem Flugzeug oder dem eigenen Wagen. Denken Sie daran, auf allen Badeferienflugreisen im Prospekt gibt es für Kinder von 2 bis 12 Jahren 50% Ermässigung. Neu bei Popularis ist das Programm USA88. Das Programm gehört zu den reichhaltigsten Angeboten, die wir zur Zeit finden. Und das Land der unbegrenzten Ferien ist, bei Popularis jedenfalls, fast unbegrenzt günstig. Reichhaltig und günstig ist ein Rezept, das Ihnen die Studienküche jetzt vorschlägt. Neben verschiedenen einheimischen Gemüssen ist jetzt der Brüsseler oder Chicorée wieder besonders aktuell. Hier ein Wirtschaftsrezept, das nicht viel Arbeit gibt. Den Brüsseler waschen und der Länge nach halbieren. Der gerüstete Lauch in Streifli, Sellerie und Rüebli in Würfelli schneiden. Im Anken gut adämpfen, mit Bouillon ablöschen. Und dann die Brüsseler Hälfte drauflegen. Wenn das so weit ist, dann die Brotwurst ohne Fett broten, ein bisschen Wein angiessen und dann etwa nochmal 5 Minuten ziehen lassen. Zu diesem schmackhaften Gericht passen am besten Salzherrtöffel. Wenn Sie das Rezept ausprobieren möchten, so lesen Sie es in der Koop-Zeitung nach. Einen guten. Und wir können hier nur noch einen guten wünschen und uns für heute Abend verabschieden. Vergessen Sie aber nicht, dass jetzt noch ein paar interessante Koop-Agebot kommen. Zum Anfang das aktuelle Blumen-Agebot. Ihre Koop-Blumenabteilung offeriert Ihnen so einen bunten Strauss für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop ein Liter Coca-Cola oder Coca-Cola Light statt 1,25, 90 Rappen. Und die Tarassen an 12 Flaschen statt 15 Franken nur 10,80. Rippli geräuchert 100 Gramm für nur 2 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, die Arroco-Orange im Netz an 2 Kilo nur 3,50. Auf Wiedersehen!